Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 9. Oktober Der königliche Beamte sprach zu Jesus, Herr, komm hinab, ehe mein Kind stirbt. Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Johannes 4, Vers 49 und 50 Wir finden es doch imponierend, wenn ein Mann konsequent ist. Der Apostel Paulus hat von sich selbst gesagt, bei mir ist ja, ja und nein ist nein, so muss es doch sein. Darum ist unser Textwort so erstaunlich. Da hat der Herr diesen Beamten des Königs Herodes schroff zurückgewiesen, als er mit der Bitte zu ihm kam, seinen Sohn zu heilen. Verletzend kalt hat er erklärt, ich bin doch nicht euer Wundermann. Und dann gibt er den Bitten des Mannes doch nach und heilt den Sohn. Wie inkonsequent ist der Herr Jesus? Ja, Gott sei Dank, dass er so inkonsequent ist, dass ihm das Herz bricht, wenn jemand sich nicht zurückweisen lässt, sondern mit Bitten anhält. Er kann uns wohl warten lassen, wenn wir bitten. Aber wenn er unseren Glauben sieht und unser Bitten hört, wird sein Herz bewegt und er erhört uns. So inkonsequent ist Jesus. Ja, ist er nicht selbst eine große Inkonsequenz Gottes? Da hat Gott in seinem Wort immer wieder erklärt, dass der Sünder den Tod verdient. Er hat immer wieder gesagt, dass er, der heilige Gott, keine Gemeinschaft mit uns Sündern haben kann. Und dann kommt Jesus, der Sohn, im Auftrag des Vaters, um die Sünder zu retten und zu heilen. Anstatt, dass wir Sünder den Zorn Gottes tragen müssen, nimmt Jesus für uns alle Sünde auf sich und trägt sie an das Kreuz. Die Bibel sagt, Gott warf unser aller Sünde auf ihn. Gott sagt, der Sünder muss für seine Sünde bezahlen. Und dann gibt es einen Sohn zum Bürgen, der am Kreuz für uns bezahlt. Herrliche, rettende Inkonsequenz. Herr, dir sei Dank, dass du so Erbarmen mit uns hast. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Amen. 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 Amen.